Momentan hat jeder, der ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen hat, das Gefühl, dass man kräftige Menschen total diskriminieren darf. Man darf locker sagen, fette Sau auf der Straße, höre ich oft. Hallo, ich bin Alexa und ich bin die Geschäftsführerin der PMI, Familien Service Gruppe. Dicke im Geschäft ist eine Kampagne, die mir persönlich super am Herzen liegt. Einen emotional tollen Job zu machen, kreativ zu sein, ist null eine Frage des BMI, das ist eine Frage des IQs und des IQs. Als weibliche Führungskraft ist das Allerwichtigste, dazu zu stehen, dass man so ist. Man erfährt da schon gewisse Diskriminierung. Da muss man einen Gegenpol setzen, einen positiven Gegenpol, dass das okay ist. Und deswegen möchte ich mir diese Kampagne machen, um Menschen Mut zu machen, sich zu bewerben, natürlich erstmal bei uns zu bewerben, aber auch ansonsten aus dieser Shaming-Ecke rauszukommen und zu sagen, ich bin nicht so das Model-Maß, was uns täglich gezeigt wird und bin trotzdem okay. Und das möchte ich zeigen und das möchten wir tun. Und das möchte ich sagen, ich bin nicht so cool.